Yo Leute, Willkommen zurück zu Stardew Rally Wir... Moment, jetzt muss ich eben gucken, wie mache ich das denn? Okay, muss ich echt anklicken Wir haben einen Brief bekommen I keep finding cool stuff, but my backpack is full Does it sound like you? Well, Pierre is good, got you covered Stop by Pierre's general store today and check out our affordable size 24 backpack 24 See you soon Und nochmal Hello there, just got back from the fishing trip You should come down to the beach sometime I've got something for you Willy Okay Good Ich muss mal eben die Musik ein bisschen leiser für mich drehen Ja, der erste Brief Wir haben die Möglichkeit bei Pierre's heute einen 24 Felder großen Rucksack zu kaufen Und haben einen Brief bekommen von jemandem, der Willy heißt Der wohl von einem Fishing Trip wieder da ist So, ich muss aber eben was... Ups Eben was schauen Da 50 Holz brauche ich dafür Weg Kann ich die eigentlich schon fällen? Ja, müsste ich schon fällen können Klatsch, klatsch, klatsch Und umgekippt So Und hopp Und hopp Und hopp Und hopp Ähm 64 Holz Ich sehe es Ich würde trotzdem gerne erst noch ein bisschen mehr einsammeln Weil Wir jetzt erstmal eine Kiste craften Das ist nämlich jetzt erstmal das Allerwichtigste Äh, aber dazu müssen wir leider noch was wegschmeißen Beziehungsweise verkaufen Ähm Und jetzt können wir Eine Kiste craften Warum kann ich hier nichts? Komm ich da irgendwie durch oder so? Also das Ding kenne ich nicht Also das war auf der anderen Farm Aber also auf der Standard Farm ist das nicht So viel kann ich euch versichern Gut Ähm Wo setzen wir die dann hin? Wo setzen wir die hin? Ich würde sagen einfach mal Jetzt zumindestens da hin Ähm Was? Oh wie cool Ich kann die einfärben Okay Dann wird die grün Weil da jetzt nur Pflanzen uns am Mist reinkommen So Äh Wir werden Oh cool Erstmal das sammeln Hart Und wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen Schauen Und das wäre Aua Äh Mir ist gerade aus irgendeinem Mute Hab ich Hab ich den schon wieder? Ach Gott Ich hab den wahrscheinlich wieder auf Auf Mitspielen Und drauf Äh Mein Xbox Controller ist gerade vom Äh PC Mir auf den Fuß gefallen Das hat doch etwas zu sehen Ich bin gerade etwas verwirrt Wie das passiert ist Okay Ja ist ja gut Mekker 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 Ähm Ja Ich weiß jetzt gerade nicht Was ich dazu sagen soll Wurscht Wir machen erstmal Oh die ganzen Stimenterlinge Die haben jetzt alle ihr Zuhause verloren Wurscht Kriegt ein neues So Also ich Ich finde persönlich Ähm Sind Bäume am besten Äh Für mich Weil ich nicht so der Große Fan von Äh Die ganze Zeit ernten Und Äh Sehen bin Sondern wirklich Wenn ich ein Bauer wäre Ich würde wirklich nur auf Bäume setzen Die tragen jedes Jahr was Und wenn Äh Wenn man die gut pflegt Dann hat man da Ich denke Die wenigste Arbeit mit Wenn jemand Äh Gärtner ist Oder Ähm Oder sich damit Äh Besser auskennt Äh Dann Dürft ihr mir das gerne mal Sagen Ob ich damit richtig Kriege Aber Meiner Meinung nach Äh Das sieht ja alles schon schön aus Meiner Meinung nach Ähm Wären Wären Bäume Eigentlich das Einfachste Oh Wow Wow Ähm Wir haben aber schon Äh Da Ich drücke die ganze Zeit Tab Und dann Äh Drücke ich Öps Und dann drücke ich Ähm I Aber Da Da passiert dann nie viel Weil Es ist hier Drauf Ähm E Wo man drauf drücken muss So Hier möchte ich Alles so In Richtung Ähm Steine reinpacken Also Kohle Und das Kleine Geod Da oben Das möchte ich da Ja 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 Quatsch mal nicht So Harz gehört auch Zu den grünen Sachen Ja Können wir auch mal Da reinpacken So Oh Sehr schön Aaron Okay Gut Damit haben wir aber Ich würde sagen Ja Damit haben wir Alles erledigt Was wir heute erledigen können Mehr schaffen wir nämlich nicht mehr Weil unsere Energie jetzt alle ist Heißt nicht dass der Part Ist keine Sorge Ähm Doch das heißt Tschüss Das war's Nein Ähm Wir haben noch eine Kiste Basteln Würde ich sagen Ach ich hab's schon wieder gemacht Es ist eh Junge 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 So So Also ich hoffe man Versteht meine Sortierweise Ich verstehe sie auf jeden Fall So und Die wird jetzt So rot Und da kommt Alles rein Was ich im Moment Halt nicht brauche Äh Die Siche brauche ich zwar Eigentlich aber Also das ist jetzt so meine Trashkiste So Die Siche einfach Äh Falls ich wieder bei Nacht nach Hause komme Möchte ich Ähm Mit der dann Ähm Mich verteidigen können So Wir sollen uns ja immer noch allen vorstellen Und wir können hier nochmal ans Brett gehen Da haben wir einmal den Terminkalender Und Keiner sucht im Moment Hilfe Wir gehen aber einmal hier hin Und können einmal mit dem Pierre quatschen Hey Hey It's Mr. Klein Evo The new farmer I'm Pierre Owner of the local general store If you are looking for seeds My shop is a place to go I will also buy Pro Produce Productions Wahrscheinlich From your Äh From you For For a good price Oh Gott Ich sollte nicht um 5 Uhr morgens Äh Study über dir aufnehmen Und vor allem kein Englisch lesen Sorry davon So Ähm Das Ding kostet 2000 Äh Ohne jetzt viel Vorwegzunehmen Äh Habe ich nicht Current fonts Okay Ähm Ich habe 600 im Moment Äh Das hätte man mir mal vorher sagen können Text in Dez Ähm Okay Wir nehmen Zehn davon Weil die immer wieder nachwachsen Darum glaube ich Dürften die ähm Am besten sein Wir haben hier viele Leute Die muss ich dann nicht extra suchen Die muss ich dann nicht extra suchen Ähm Breathe in Ähm Breathe out Don't look I'm all red and sweetie Hahahaha 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 Das ist cool Exercising can be fun Okay Das ist nicht so lustig Marni smiles at you through a mist of sweet Das ist wie ich sehen Das ist wie ich sehen dass es da schon Nebel entstanden ist Äh das Das muss man mir echt zeigen Ähm Okay Wir gehen mal wieder raus Wir gehen mal wieder raus Und weiter Ähm Ach stimmt wir sollten ja auch noch zum Strand gehen Ich gehe nochmal zum Strand Da ist wieder der Der halt Und da haben wir jetzt die Szene Noch gechillter konnte der Air da nicht hingehen Außerdem haben die unten rum den gleichen Friseur Und oben rum auch irgendwo Irgendwie Ahoy sehr fun Hörter was a newcomer in town Good to finally meet ya Also er ist froh dass er uns kennengelernt hat Den neuen Farmer halt Ah I'm still trying to unwind from a month 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 Heißt das Out On the salty seas Also er war ein Monat weg Auf der großen und salzigen See It war the big hall Hall kenn ich leider nicht Äh I sold A lot of good fish Ich nehme mal an er war auf einer großen Reise Finally saft ihn noch genug Geld um sich eine neue Angler zu kaufen Here I want you to have my old fishing rod And it's important to me that the art Art Da fehlt glaube ich ein F Art of fishing Ich nehme an das wird auf heißen Of fishing stays alive and Hey maybe you will buy something from the shop Ich nehme mal an das soll irgendein Slang sein Äh den ich persönlich nicht kann Äh da fehlt ein G Something From the shop once in a while Also er macht einen Anglershop auf und ähm Also erst mal er gibt mir jetzt seine alte Angel Und weil er halt möchte das äh Das die Kunst des Fischens äh weitergelebt wird und eventuell kaufe ich ja bald was bei ihm So there is good water here in the valley All kids All kinds of fish Kids of fish Kinds of fish Also alle Arten von fish gibt es hier Oh yeah my shop is back open now So come buy if you need some Äh stop please Äh wenn ich was brauche kann ich bei ihm das kaufen I will catch Äh I will also buy anything you catch Okay Also alles was ich fange kann ich auch bei ihm verkaufen If it smells it sells Hehe Is that what my Old puppy Used to Say anyway Also sein Papa hat ihm früher immer gesagt Wenn es stinkt dann kannst du es verkaufen Ähm Auf Englisch rammt es sich halt Gut Und wir haben jetzt eine Angel und könnten theoretisch jetzt direkt loslegen Mit dem Angeln Aber da wir ja ein wenig erschöpft sind Ich weiß nicht wie viel Ach komm wir riskieren es Oh shit Oh shit Oh shit Okay Wir sind ein wenig müde Ich glaube wir sollten mal Ähm Und nein Ich vergesse nicht irgendwie Rennen zu drücken oder sowas Das gibt es nämlich in diesem Spiel leider Gottes nicht Ähm Der ist halt erschöpft Der kann gerade nicht anders Oh 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 Komm 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 Ich fange ich noch ab Ich fange ich noch ab Ich fange ich noch ab Ey der Kurze ist schneller als ich Oh a stranger Mein Name ist Vincent Mama says Not to talk to strangers But you seem okay Hi Hi Meine Fresse Das Mädel ist mal sehr gesprächig Ah ja Geh weg Äh Aber ich glaube mit der haben wir schon gesprochen Sooo Sooo Gut, aber eigentlich haben wir sogar viel geschafft an dem Tag jetzt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Es wird aber schon langsam wieder dunkel. Oh, nee, das geht mir aber gerade mega auf die Nüsse. So, wir legen eben noch alles Werkzeug ab, was wir nicht brauchen. Dazu gehörst du, dazu gehörst du. So, und die kommt nachher eine blaue Truhe rein. Du kommst da hin und die Samen, die kommen hier hin. Gut, die kommt später halt wie gesagt woanders hin. Ah, okay. Und da kann ich es organisieren. Okay, gut. Wir gehen jetzt rein und legen uns ein wenig hin. Leute, mit diesem wunderbaren Gesichtsausdruck von der Seite sieht das cool aus. Mit diesem wunderbaren Gesichtsausdruck werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder am nächsten Tag von Star Dueling. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Achso, noch nicht, ciao, ciao. Jetzt, ciao, ciao. Tolle Tü.